Hey Leute, willkommen zurück in einem neuen Video und heute sollte es mal um Death Stranding gehen, ja. Ich bin ehrlich, ich habe mich über dieses Spiel lange Zeit nicht mehr... Ich habe nicht mal reingeguckt in Trailern, in PeepaPro, habe ich nicht mal reingeguckt. Echt viel, ja. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Spiel, 2018 war das glaube ich, auf der E3 geil angepriesen worden ist. Und da habe ich mich irgendwie in das Spiel verliebt, obwohl eigentlich fast gar nichts gezeigt worden ist, was es in das Spiel gehen könnte. Ja. Das ist mir aber auch egal gewesen. Der Grund ist einer, ist ein Playstation-Exclusive-Titel, beziehungsweise, es kommt auch für die Microsoft Windows-Produkte raus, ähm, ja. Es ist von Kojima Produce, ja. Und Kojima, dieser Name, den hat man schon mal gehört, ja. Metal Gear, eine Reihe, die mittlerweile halt wirklich abgrundtief schlecht geworden ist, meiner Meinung nach, ja. Letzte, letzte Spiele waren halt wirklich nicht gut. Außer halt die Spiele, die noch von Kojima gekommen sind, ja. Den haben sie ja rausgeworfen. Ich glaube, das müsste Ubisoft gewesen sein. So weit, Ubisoft.de, ich weiß es jetzt nicht mehr, ja. Auf jeden Fall hat er nicht mehr mit der Metal Gear Reihe, die er halt eigentlich groß gemacht hat. Wurde er halt wirklich ausgeschlossen, ja. Und, ähm, die Spiele sind dementsprechend schlecht geworden. Jetzt hat er sein eigenes Studio gegründet. Und Death Stranding, ja. Es ist ein Kojima-Spiel, es muss gut sein. Es muss eigentlich gut sein. Und ich erwarte auch, dass es gut ist. Und deswegen werde ich mit dem Spiel wahrscheinlich auch kaufen. Weil, es ist einfach so ein bisschen, so ein bisschen, es ist mal so, ich habe mich wenig informiert, weil ich einfach diese Spannung haben möchte. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass natürlich wundervolle Schauspieler mitgewirkt haben. Ähm, und mehr weiß ich eigentlich nicht. Und deswegen möchte ich mich überraschen lassen. Und das hat das Spiel auf jeden Fall bei mir auf jeden Fall richtig gut gepunktet. Und ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen, weil ich auch Playstation-Noten-Zer schon lange Zeit bin. Ähm, auf jeden Fall werde ich mir Death Stranding kaufen. Es kommt übrigens am 8. November 2019 raus. Ist ein bisschen blöd, weil ich am 6. November Geburtstag habe. Pff, aber ja gut, was soll's. Das war's jetzt auch mit dem Video. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Weil, ich wollte euch einfach erzählen, warum ich dieses Spiel halt gerade im Blick habe. Und warum ich es mir vielleicht kaufen werde. Grüße gehen raus an mein Kamka. I love you forever. Ciao Leute. Bis zum nächsten Video. Noch einen schönen Tag.